Immer wieder tauchen ähnliche Fragen auf, wenn jemand beginnt, sich für Meditation zu interessieren. Ist Meditation nicht einfach rumsitzen, träumen und Zeit vertrödeln? Nein, Meditation ist ein Training, das viel Konzentration und Stehvermögen erfordert. Durch die konsequente Schulung ihrer Wahrnehmung nehmen Meditierende die Realität klarer wahr als Nicht-Meditierende. Zudem verbessern sie durch das Training die Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu regulieren. Meditierende sind also alles andere als Träumer. Kann jeder meditieren? Ja, Meditation ist für jeden geeignet, der psychisch stabil ist und sich zutraut, seine Übung regelmäßig über einen längeren Zeitraum durchzuhalten. Woran merke ich, dass ich es richtig mache? Sie machen es richtig, wenn Sie wahrnehmen, dass Ihr Geist hin und her springt. Es ist völlig normal, dass Ihnen alles Mögliche durch den Kopf geht. Und es ist ein Erfolg, wenn Sie das während der Meditation bemerken. Denn an diesem Punkt können Sie zu Ihrer Übung zurückgehen, zum Atem, zum Körper, zum Meditationsobjekt. Mit zunehmender Meditationserfahrung wird sich Ihr Geist leichter beruhigen, doch die Konzentration bleibt eine immerwährende Herausforderung für jeden Meditierenden. Bleiben Sie geduldig und freundlich mit sich selbst. In welcher Position soll ich meditieren? Das bestimmen Sie selbst. Sie können liegen, sitzen, stehen und gehen, ganz wie Sie wollen. Die Qualität der Meditation bestimmt sich nicht über die Position, sondern über die Konzentration. Gut ist es, wenn Sie die gewählte Position über die geplante Zeit beibehalten können. Eine aufrechte, würdevolle Haltung unterstützt die Meditation am besten. Die Hände können vor dem Körper ineinander gelegt werden oder auf den Oberschenkeln ruhen. Die Augen sind halb geöffnet und auf den Boden gerichtet oder ganz geschlossen. Darf ich mich während der Meditation bewegen? Es ist sinnvoll, nicht jedem Bewegungsimpuls zu folgen, denn ruhiges Sitzen ist Teil der Übung. Oft vergeht der Wunsch, sich zu bewegen, wenn sich die Konzentration stabilisiert. Wenn Sie größere Schmerzen spüren, ändern Sie Ihre Sitzhaltung. Wer orthopädische Probleme beim tiefen Sitzen hat, kann sich auf einen Stuhl setzen. Nehmen Sie Ihre Empfindungen genau wahr und probieren Sie Ihre Belastbarkeit aus. Nur Sie wissen, was Sie sich zutrauen können, ohne sich zu schaden. Brauche ich einen besonderen Raum für die Meditation? Je weniger Ablenkungen Sie während der Meditation haben, umso leichter wird Ihnen die Konzentration fallen. Dazu gehört auch, dass das Telefon möglichst außer Hörweite ist. Mit zunehmender Übung wird es Ihnen leichter fallen, sich auch in einer unruhigen Umgebung zu konzentrieren. Es sind perfekte Auszeiten in einem hektischen Alltag. Es gibt eine Untersuchung von Teilnehmern eines achtwöchigen Meditationskurses. In dieser Zeit führten die Probanden täglich eine zehnminütige Meditation durch. Sobald ablenkende Gedanken aufkamen, sollten Sie einfach wieder zu Ihrer Aufgabe zurückkehren. Am Ende dieses Trainings zeigten die neuen Meditierenden eine deutlich höhere Konzentrationsfähigkeit und eine geringere Stressanfälligkeit als die Vergleichsgruppe der Nicht-Meditierenden. Meditation verändert den geistigen und körperlichen Zustand. Sie stärkt das Immunsystem, senkt den Blutdruck und reguliert das Herz-Kreislauf-System. Zudem wirkt das Üben beruhigend auf die Psyche, vermindert Ängste und Schlafstörungen. Die Uni Bremen nennt aufgrund ihrer Forschungen zehn Kennzeichen für die Erfolge beim Meditieren. Mehr Freundlichkeit, mehr Gelassenheit, mehr Großzügigkeit, weniger Ängste, eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit, eine deutlichere Selbstwahrnehmung, eine leichtere Verhaltenssteuerung, ein geringeres Stressempfinden, ein gestärktes Selbstbewusstsein und ein verbessertes Immunsystem. Meditation ist vor allem eine Technik der Geistesschulung, die zwar aus einem spirituellen Rahmen stammt, aber auch ohne jede religiöse Überzeugung geübt werden kann. Nachweislich sind die positiven Wirkungen des Trainings völlig unabhängig von der Philosophie des Meditierenden. Physiologisch zeigt sich während der Meditation genau das Gegenteil einer Stressreaktion. Wenn Forscher im Labor einen Meditierenden beobachten, entdecken Sie in erster Linie, wie sich der Körper entspannt. Er verbraucht weniger Sauerstoff, die Atemfrequenz, der Laktatwert und der Blutdruck sinken. Auch der Muskeltonus nimmt ab und das Niveau der Stresshormone normalisiert sich. Forscher der Harvard Medical School haben die Veränderungen durch Meditation anhand von Blutproben von Menschen bewiesen, die seit Jahren regelmäßig meditierten. Die genomischen Analysen des Blutes ergaben, dass Langzeitmeditierende 2200 Stressgene mehr abschalteten als Nichtmeditierer. Das stärkt das Immunsystem und verhindert die Bildung von Entzündungen und freien Radikalen, die Zellen und Gewebe schädigen und zu Krebs und anderen Krankheiten führen können. Das größte Hindernis für die meisten Anfänger ist es, die Meditation als neue Gewohnheit regelmäßig im Alltag unterzubringen. Außerdem braucht man eine stabile Motivation und viel Freundlichkeit mit sich selbst, wenn der Geist springt, statt sich zu beruhigen. Die Konfrontation mit der eigenen Unruhe und mangelndem Stehvermögen, die Angst vor negativen Gefühlen und auch Langeweile können die Meditationspraxis unterhöhlen. Meditation bringt aber schon nach kurzer Zeit so viele positive Impulse in Ihr Leben, dass es sich lohnt, etwas Zeit dafür freizuschaufeln. Überprüfen Sie, ob es in Ihrem Alltag nicht Gewohnheiten gibt, wie zum Beispiel Fernsehen oder vor dem Computer sitzen, die reduziert werden können. Vielleicht fangen Sie erst mal mit 10 Minuten Meditation am Tag an und steigern sich, wenn es passt. Wichtig ist die Regelmäßigkeit. Sobald ich mich zum Meditieren hinsetze, kommen negative Gedanken und Bilder hoch. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man während der Meditation negative Gedanken, Selbstzweifel, Ängste, Trauer oder Wut spürt. Jeden Menschen kostet es große Überwindung, sich mit seinen Problemen zu konfrontieren, wie es in der Meditation passiert. Darum brauchen vor allem Anfänger eine gewisse psychische Stabilität. Wenn Sie in einer akuten Lebenskrise stecken, mit Depressionen und anderen psychischen Problemen kämpfen, sollten Sie nicht allein meditieren, sondern sich mit einem sachkundigen Lehrer oder Therapeuten besprechen. Wer eine achtsamkeitsbasierte Therapie zur Vermeidung von Depressionen und zur Vorbeugung von Rückfällen sucht, sollte sich über MBCT informieren. Das steht für Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Diese Therapie richtet sich an Menschen, die aktuell nicht depressiv sind, aber bereits depressive Episoden erlebt haben. Das Ziel von MBCT ist die Früherkennung von Symptomen, die eine Depression ankündigen, und das Trainieren der Fähigkeit, diese vorbeiziehen zu lassen und die Aufmerksamkeit umzulenken. Das Ziel von MBCT Das Ziel von MBCT